Ja, diese Soziologie war ein Hinausgehen über die kritische Lehre von der Gesellschaft durch Marx, die der Wirklichkeit mehr angemessen war. Denn, jetzt ist eine Sache, glaube ich, sehr wichtig. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass diese kapitalistische Gesellschaft notwendig über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein müsse. Diese Idee ist falsch. Diese Gesellschaft, in der wir leben, verelendet nicht die Arbeiter, sondern hilft ihnen zu einem besseren Dasein. Und außerdem hat der Marx gar nicht gesehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit dialektische Begriffe sind. Je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit. In der kritischen Theorie, wie ich sie dann auch später noch entwickelt habe, liegt der Gedanke zugrunde, dass man das, was gut ist, also die gute, die freie Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmen kann. Dazu fehlt es uns. Aber wir können die negativen Seiten dieser Gesellschaft, die wir verändern wollen, die können wir aussprechen.